Hat die Energie Steiermark von Fernwärmekundinnen und Kunden im Großraum Graz in den vergangenen zwei Jahren um 24 Millionen Euro zu viel verlangt? Ja, kritisiert der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murk. Er wird mit der Causa Morgen Landeshauptmann Christopher Drexler im Landtag konfrontieren. Das Land ist ja 100%-Eigentümerin der Energie Steiermark. Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren explodiert. 2022 hat die Energie Steiermark die Fernwärmepreise verdoppelt. Das habe das Land als 100%-iger Eigentümer durch Landeshauptmann Christopher Drexler zugelassen, so die Kritik der KPÖ. In Oberösterreich hätten das die dort zuständigen Grünen hingegen verhindert, und zwar durch ein Gesetz von 1992. Und in diesem Preisgesetz steht in § 6 ganz genau drinnen, dass nicht nur die wirtschaftliche Seite des Unternehmens betrachtet werden muss, sondern auch die wirtschaftliche Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn viele mit kleineren Einkommen, so Murk, könnten sich Nachzahlungen von mehreren 100 Euro nicht leisten. Auf das hat sich der oberösterreichische Landesrat gestützt und hat denen, die die Forderung 70 bis 100% plus wollten, sie haben zurückgeschmissen und sie haben 8% Erhöhung bekommen. Und das bedeutet, dass man in Oberösterreich derzeit 7 Cent, in Linz ist es ein bisschen mehr, 8,6 Cent pro Kilowattstunde zahlt und in der Steiermark 15. Die Energie Steiermark entgegnet, man habe mit der Fernwärme im Großraum Graz in den vergangenen drei Jahren ein Minus von 15 Millionen Euro gemacht. Der Vergleich mit Oberösterreich sei nicht zulässig. Denn dort kommt die Wärme zum überwiegenden Teil aus der Reststoffverwertung, aus der Müllverbrennung. Das in Graz auch umzusetzen, das ist unser Ziel. Man plane aber unter anderem ein neues Fernwärmeprojekt in Graz, um weniger abhängig vom Gas zu sein. Eines davon ist eine Müllverbrennung in Graz-Puntigam. Und das würde insgesamt mehr Ökologisierung für die Fernwärme bringen, aber auch die Bezugspreise deutlich nach unten drücken. Die Forderung der KPÖ nach drastischen Preissenkungen in der Höhe von etwa 40% in diesem Herbst bezeichnet die Energie Steiermark als Utopie. Realistisch sei eine leichte Senkung.